Musik Der Himmel über uns birgt zahllose Geheimnisse. Unbekannte Flugobjekte werden seit Jahrzehnten von Regierungseinrichtungen auf der ganzen Welt untersucht. Manchmal hat sogar die Regierung selbst den Glauben an Außerirdische geschürt. Erstmalig haben wir UFO-Sichtungen und Berichte aus der ganzen Welt zusammengetragen. Die Menschen haben ein Recht auf diese Information. Viele Experten sind davon überzeugt, dass es für jede Sichtung eine rationale Erklärung gibt. Es kann leicht passieren, dass man etwas sieht und es für etwas anderes hält, als es tatsächlich ist. Doch vieles entzieht sich unserem Verständnis. Ich weiß bis heute nicht, was das war. Weiß irgendjemand, was sich hinter diesen Phänomenen verbirgt? Wissen unsere Regierungen mehr, als sie zugeben? Die Antworten könnten in diesen Geschichten zutage treten. Ein Feuerball wird am Himmel gesichtet, in sechs nordamerikanischen Staaten. Wir wissen nur, dass etwas abgestürzt ist. Wir wissen nicht, ob Menschen an Bord waren. Es war ein blaues Licht, wie beim Schweißen. An der Absturzstelle werden Anwohner Zeugen eines Militäreinsatzes. Man wollte wissen, was da abgestürzt ist. Deshalb tauchte das Militär auf. Seltsame Fremde untersuchen die Ungereimtheiten vor Ort. Das Leben der Bewohner von Kecksburg veränderte sich nach diesem Ereignis grundlegend. Es ist fast 50 Jahre her, dass diese Gegend ins Zentrum einer bizarren Kontroverse rückte. Mittlerweile hat sich das Leben hier wieder normalisiert. Doch für einige Bewohner sind die Ereignisse dieser Nacht unvergessen. Kecksburg, Pennsylvania, USA. 9. Dezember 1965. Nach Einbruch der Nacht beobachten mehrere Bewohner ein helles Licht am Himmel vorbeifliegen. Einige berichten davon, dass es die Richtung gewechselt hat. Ronnie Struble ist in seinem Haus, als er den Feuerball sieht. Er arbeitet seit 40 Jahren bei der Feuerwehr. Doch so etwas hat er noch nie gesehen. Zuerst habe ich gedacht, es wäre ein Leichtflugzeug, das vielleicht Feuer gefangen hat und abgestürzt ist. Die Nachricht vom Absturz eines Feuerballs im Wald von Kecksburg verbreitet sich in Windeseile. Fabrikarbeiter Bill Weaver ist in seinem Auto unterwegs. Ich war 19. In dem Alter ist man ständig auf Achse. Im Wald nordöstlich der Stadt ist etwas abgestürzt. Es soll in Kecksburg gelandet sein. Bill wendet. Er will der Sache auf den Grund gehen. Selbst 50 Jahre später sind Bills Erinnerungen an diesen Abend noch allgegenwärtig. Es war fast dunkel, als ich angekommen bin. Im Wald sah ich blaues Licht. Wie von einem Schweißgerät. Aus meiner Perspektive konnte ich nicht erkennen, was es war. Aber man sah, dass dort etwas lag. Das Unterholz war eingeknickt. Schnell kommen die ersten Gerüchte auf. Der lokale Radiosender wird mit Anrufen von Anwohnern überschwenkt. Stan Wall hat an diesem Abend Schicht. Er arbeitet immer noch beim Lokalsender. Die Leitungen liefen heiß. Die Leute fragten, hast du mitbekommen, was heute nach dem Kecksburg, Pennsylvania passiert ist? Nachrichtenreporter John Murphy schnappt sich das Mikro und fährt nach Kecksburg. Als Ronnie Strubel zum Absturzort kommt, wird er von unbekannten Männern aufgehalten. Überall liefen Männer in Tarnanzügen herum. Ob sie von der Armee oder der Marine waren, kann ich nicht sagen. UFO-Fan Stan Gordon war in dieser Nacht nicht vor Ort. Doch er hat den Fall jahrzehntelang untersucht. Mehrere Menschen haben unabhängig voneinander ausgesagt, dass Soldaten sie mit Waffen bedroht hätten, damit sie nicht tiefer in den Wald gehen. Bill behauptet, die Beamten wollten diesen Ort räumen. Die Bundespolizei tauchte auf und das Militär. Sie haben uns verjagt. Ich musste mein Auto wegfahren, sonst hätten sie es konfisziert. Am frühen Abend erreicht John Murphy die Absturzstelle. Als Journalist will er natürlich genau wissen, was los ist. Murphy starb 1969. Er hat seinem Kollegen Stan Wall von dieser Nacht erzählt. Er hat es gesehen, aber nur aus einiger Entfernung. Das Ding war kegelförmig. Unbestätigten Berichten zufolge hat Murphy versucht, Fotos zu machen. Er wurde von den Beamten gestoppt. John hat mal erwähnt, dass die Ausrüstung, die er in dieser Nacht dabei hatte, nicht mehr in seinem Besitz sei. Sie hätten sie ihm weggenommen. John Murphy interviewt Augenzeugen. Er ruft beim Radiosender an, will live auf Sendung gehen. Er sagte, Stan, du glaubst nicht, was hier passiert ist. Hier ist definitiv irgendetwas gelandet. Hier in Kecksburg, Pennsylvania. Das Misstrauen der Anwohner wird durch weitere Gerüchte geschwürt. Ein Fahrzeug soll die Absturzstelle verlassen haben. Ich glaube, sie haben das Objekt abtransportiert. Es war mit einer Plane abgedeckt. Niemand konnte erkennen, was unter der Plane war. Bundespolizei und Militär versichern der Bevölkerung, dass sie nichts gefunden haben. Dann ziehen sie ab. Am nächsten Morgen brachten die Medien eine offizielle Meldung. Die Menschen hätten sich geirrt. Es gab zwar eine Suchaktion, aber im Wald hätte man nichts gefunden. All diese Menschen haben etwas gesehen. Da kann man doch nicht sagen, das habt ihr euch nur eingebildet. Bill, Ronnie und andere Augenzeugen glauben, dass die Regierung etwas vertuscht. Es wurden nie Zweifel an den offiziellen Berichten laut. Trotzdem misstraut Stan Gordon der Aussage, dass in dieser Nacht nichts in Kecksburg gelandet sei. Was immer da im Wald war, es war wichtig genug für das Militär, dass es so reagiert hat. Einige Anwohner fragen sich immer noch, was damals passiert ist. Sie glauben an eine Verschwörung. Doch gibt es eine rationale Erklärung für das, was bei Kecksburg passiert ist? Ein Hobbyastronom sieht ein seltsames glühendes Licht. Es war gross und gelb. In derselben Nacht beobachten Menschen in ganz Spanien und Portugal das seltsame Spektakel. Es war unübersehbar. Jeder hat darüber gesprochen. Das Militär kann das Objekt nicht identifizieren. Für die Medien ein gefundenes Fressen. Und es stellt sich wieder mal die Frage, ist das, was wir sehen, Wirklichkeit? Das Gehirn sieht nur das, was wir kennen und an was wir glauben. Eine Hauptstadt in Europa. Mit über drei Millionen Einwohnern. 2004 ereignete sich dort ein ausserordentliches Schauspiel. Madrid, Spanien. Am Abend des 1. Juni befindet sich der Astronom und Student Jesus Mercan Rubira auf dem Dach seines Wohnhauses. Er genießt das gute Wetter und die klare Sicht. Ich habe meine Fotoausrüstung aufgebaut, um erdnahe Asteroiden zu fotografieren. Als Jesus seine Kamera aufbaut, sieht er wie etwas, das er, anfangs für ein Flugzeug hält, von Norden nach Westen fliegt. Für mich sah es aus wie ein ganz normales Flugzeug. Plötzlich hat es Staub ausgestoßen. Es hinterließ eine Staubwolke am Himmel, die groß und gelb war. Dann drehte sich das Objekt und schoss nach oben, in einer unkontrollierten Flugbahn. Ich hatte Angst, dass ich Zeuge eines Flugzeugabsturzes werde und dass dort Menschen sterben und ich es mit ansehen musste. Dann scheint das Objekt zu explodieren. Ich hatte meine Kamera gerade aufgebaut und machte ein Foto. Ich konnte nur ein Foto machen. So sieht das Foto aus. Nachdem der Spuk vorbei war, habe ich einen Freund angerufen. Ich bat ihn zu recherchieren, ob es einen Flugzeugabsturz gegeben hatte. Aber wir fanden nichts. Es war, als ob nie etwas passiert wäre. Jesus ist nicht der Einzige, der das Objekt in dieser Nacht gesehen hat. Etwa 450 Kilometer entfernt, in Beja, Portugal, ist Jorge Fernandes auf der Jagd. Ich war bis 22 Uhr jagen. Als ich zu meinem Auto zurückging, bemerkte ich etwas über den Bergen. Ich sah Rauch und etwas, das zu Boden stürzte. Ich bekam Angst. Ich dachte, es wäre ein abstürzendes Flugzeug. Doch dann hielt es plötzlich an und schien auf der Stelle zu stehen. Dann sah ich ein helles Licht, wie bei einer Explosion. Und überall war Rauch. Ganz in der Nähe, in Al Giustrel, hat Gafikdesigner Pedro Pinero ebenfalls ein seltsames Phänomen am Nachthimmel beobachtet. Das Objekt war dreieckig. An den Ecken war das Licht heller und bläulich. Es bewegte sich langsam, aber mit konstanter Geschwindigkeit. Pedro traut seinen Augen kaum. Ich bekam Angst. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich habe meinen Bruder angerufen. Er und seine Freundin kamen sofort. Wir haben es zusammen beobachtet. Wir waren sprachlos. Pedro Pinero hatte keine Kamera dabei, aber der Grafikdesigner weiß, wie er das Ereignis festhalten kann. Diese Zeichnung habe ich am nächsten Tag gemacht. Es zeigt das, was ich am Himmel gesehen habe, als ich zum ersten Mal nach oben blickte. Doch nicht nur die Bürger sehen das seltsame, helle Objekt. Es wird auch vom Radar erfasst. Darum untersucht die portugiesische Luftwaffe den Fall. Franzisko Murao Correa ist ein portugiesischer UFO-Forscher. Zwei Militärbasen haben das Objekt auf dem Radar erfasst. Und später tauchte das Objekt auch auf dem Flughafenradar von Porto auf. Beweise, die sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Die Sichtung von 2004 war in der Presse in ganz Portugal präsent. Fernsehen, Zeitungen, Radio. Es war ein Riesenereignis, das vom Norden bis in den Süden diskutiert wurde. Immer mehr Fotos und Berichte über das Phänomen tauchen auf. In dieser Nacht hat etwas Ungewöhnliches den Himmel gekreuzt. Einige Menschen gerieten in Panik. Sie riefen bei der Polizei an. Sie riefen bei der Feuerwehr an. Sie wollten eine Erklärung. Was haben diese Menschen gesehen? Jesus Merchan Rubira, ein Hobby-Astronom, beobachtet 2004 ein seltsames Objekt über Madrid. Er sieht es, als er Asteroiden fotografieren will. War das unbekannte Objekt vielleicht der Asteroid, den er fotografieren wollte? Und er hat ihn nur nicht erkannt? Dieses Objekt war auf keinen Fall der Asteroid. Denn der war an einer anderen Stelle am Himmel. Und viel weiter entfernt. Es war nicht der Asteroid. Jesus ist Amateur-Astronom. Er würde sicherlich den Asteroiden erkennen, den er fotografieren will. Doch was war das dann für ein seltsames Licht? Astronom und Sachbuchautor Nigel Hanbest hat einen wichtigen Hinweis entdeckt. Das Objekt wurde vom Radar erfasst. Also muss es von der Erde aus gestartet sein. Es kam nicht aus dem All. Auch die Bilder und Beschreibungen weisen auf eine andere Theorie hin. Es gibt mehrere Dinge, die einen Lichtstreifen am Himmel hinterlassen. Ein vertikaler Lichtstreifen kann von einer Rakete stammen. Sie erzeugt beim Start einen Raketenstrahl, weil bei der Zündung Gase entweichen. War das Objekt am Himmel über Spanien und Portugal tatsächlich eine Rakete? Konkrete Beweise unterstützen diese Theorie. In der Nacht des 1. Juni haben die Franzosen tatsächlich eine M-45-Rakete gezündet. Dieser offizielle Bericht der französischen Marine bestätigt den Raketentest. Ist das Rätsel jetzt gelöst? Das Ziel der Rakete war französisch Guayana, im Norden von Südamerika. Sie ist also über Spanien und Portugal geflogen. Der Fall ist abgeschlossen. Es war eine Rakete. Die Beweise belegen einen französischen Raketentest. Trotzdem sind sich einige der Augenzeugen sicher, dass sie keine Rakete gesehen haben. Keine Rakete kann plötzlich anhalten, die Richtung ändern und dann nach oben fliegen. Das ist unmöglich. Ich weiß aus Kino und Fernsehen, wie sich Raketen verhalten. Das, was ich gesehen habe, hat nichts mit einer Rakete zu tun. Ich habe nichts gesehen. Ich kenne nur die Augenzeugenberichte. Und die passen nicht zu einer Rakete. In diesem Fall gibt es eindeutige Beweise. Trotzdem sind nicht alle überzeugt. Ist es möglich, dass die Leute etwas anderes sahen, als sie zu sehen glaubten? Der Neurowissenschaftler Dr. Bo Lotto erforscht, wie Menschen die Welt wahrnehmen. Wenn wir unsere Augen öffnen, sehen wir niemals die Welt, wie sie wirklich ist. Denn wir nehmen die Welt über unsere Sinnesorgane wahr. Über unsere Augen, unsere Ohren, unsere Haut. Wir haben nur diese Informationen. Unser Gehirn greift auf unsere Erfahrungen zurück, um diesen Informationen eine Bedeutung zu geben. Und das formt unsere Anschauungen. Wir sehen, was wir glauben zu sehen. Manche Menschen denken also eher, dass sie ein UFO sehen, als andere. Man kann sich auch einbilden, etwas zu sehen. Wir kennen alle folgende Situationen. Wir wollen ein bestimmtes Auto kaufen. Plötzlich sehen wir das Modell überall auf der Straße. Unser Gehirn macht uns glauben, dass es ganz viele davon gibt. Es sind aber genauso viele wie vorher. Sie fallen uns nur stärker auf. Wenn ich beim Jagen bin, stelle ich mir oft vor, ein UFO zu sehen. Und in dieser Nacht habe ich es gesehen. Diese Menschen sind nicht verrückt. Ihr Gehirn erschafft die Bedeutung, die für sie Sinn macht. Die Menschen interpretieren die Situation so, dass sie für sie einen Sinn ergibt. Kein Wunder, dass diese Leute glauben, sie hätten keine Rakete gesehen. Im Endeffekt sieht ein Zeuge das, was er zu sehen glauben will. Die einfachste Erklärung ist meist die richtige. Für mich ist der Fall klar. Mit der Theorie, dass es ein Raketentest war, kann ich mich anfreunden. Nicht jeder Fall lässt sich so einfach erklären. Kecksburg, Pennsylvania, 1965. Mehrere Menschen beobachten in Nordamerika ein fliegendes, helles Objekt am Abendhimmel. Laut Luftfahrtbehörde haben 23 Piloten den Feuerball gesehen. Die offizielle Erklärung lautet, ein Meteor sei in die Erdatmosphäre eingedrungen. Oft denken Zeugen fälschlicherweise, dass ein vorbeifliegender Meteor auf die Erde stürzt. UFO-Befürworter behaupten jedoch, die US-Regierung würde den Absturz eines unidentifizierten Objektes bei Kecksburg vertuschen. Alle Zeugen mussten den Absturzort verlassen und etwas wurde auf einem LKW abtransportiert. Einer dieser UFO-Befürworter ist Stan Gordon. Offiziellen Angaben zufolge wurde nichts gefunden. Angeblich war es nur ein heller Meteor. Die Leute hätten sich geirrt. Die Zeugen Bill Weaver und Ronnie Strubel glauben nicht, dass sie in dieser Nacht einen Meteor gesehen haben. Doch der Astronom James McGahey hat sein Leben lang den Himmel beobachtet. Täglich treten ganz unterschiedliche Objekte in die Erdatmosphäre ein. Von Weltraummüll bis zu Dingen wie Steinen oder Staub. Millionenfach jeden Tag. Im Fall von Kecksburg haben die Menschen ein helles Licht am Himmel gesehen. Einige Menschen glaubten, es sei in der Nähe gelandet und haben danach gesucht. Aber es war der typische Fall eines leuchtstarken Meteors. Manchmal treten auch viel grössere Objekte in die Erdatmosphäre ein. Mit dramatischen Folgen. So zum Beispiel 2013 in Dschelyabinsk in Russland. Wenn etwas so hell und eindrucksvoll ist, erscheint es immer näher als es ist. Es ist aber höchstwahrscheinlich hunderte von Kilometern entfernt und nicht in nächster Nähe. Stan Gordon ist nicht überzeugt. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagten, dass das Objekt relativ langsam unterwegs war. Es hat öfter die Richtung gewechselt. Und es schlug im Wald nicht mit einer hohen Geschwindigkeit ein, sondern es landete kontrolliert. Ich glaube nicht an die Meteor-Theorie. Und zwar wegen der Bewegungen, die es beim Absturz gemacht hat. Meteore landen nicht im Zickzack. Und der Astronom Nigel Hanbest kennt das Flugverhalten von Meteoren. Meteore können nicht die Richtung wechseln. Wenn Augenzeugen sagen, ein Objekt hat die Richtung gewechselt, dann war es kein Meteor. Aber wenn man beim Beobachten den Kopf bewegt, kann es zu Sinnestäuschungen kommen. Wenn ich einen hellen Stern im Augenwinkel sehe und dann schnell meinen Kopf drehe, scheint der Stern die Richtung zu wechseln. Das passiert aber nur, weil ich den Kopf drehe. Doch die Berichte einiger Augenzeugen passen nicht zur Weltraummüll-Theorie. Mehrere Zeugen haben unabhängig voneinander das Objekt, das angeblich im Wald gelandet sei, ähnlich beschrieben. Ein paar Anwohner haben im Wald ein großes, metallisches, eichelförmiges Objekt gesehen. Er steckte zur Hälfte im Boden. Es schien aus einem Stück Metall zu bestehen, ohne Nieten oder Schweißnähte. Auf der Unterseite war eine Art ringförmiger Wulst, circa 20 Zentimeter breit. Ein Zeuge sagte, es sah aus wie eine Art Stoßstange. Und auf diesem Wulst befanden sich seltsame Zeichen. Ein Zeuge hat jahrelang recherchiert, um die Zeichen zuordnen zu können. Sie glichen am ehesten ägyptischen Hieroglyphen. Ein umstrittener, lebensgroßer Nachbau des Objekts befindet sich vor dem Feuerwehrhaus in Kecksburg. An diesem Objekt scheiden sich die Geister. Manche Bewohner lehnen die Theorie ab, dass in der Gegend ein UFO gelandet ist. Menschen wurden zum Schweigen gebracht. Sie sagten, du bist ein Kommunist, wenn man es erwähnte. Oder du bist gegen die Regierung, nur weil man darüber gesprochen hat. Deswegen haben sich die meisten Leute aus der Sache herausgehalten. Doch einer möchte das Geheimnis lösen. Radioreporter John Murphy war einer der ersten am Absturzort. Stan Wall hat damals mit ihm beim Radiosender gearbeitet. John arbeitete an einer Radiodokumentation über das, was in Kecksburg passiert ist. Sie dauerte etwa eine Stunde. Er wollte sie im Lokalradio bringen. Zeugen behaupten, dass zwei Regierungsbeamte John Murphy wenige Tage vor Ausstrahlung in der Radiostation befragt hätten. Sie sind ins Nachrichtenstudio gegangen. Ich habe im Hauptstudio gearbeitet, das keine Verbindung zum Nachrichtenstudio hat. Die Beamten schlossen die Tür. John war mit ihnen allein. Zwei Stunden später kam John zu mir und sagte, wir werden die Dokumentation nicht senden. Auf die Frage, warum, antwortete er nur, es ist eben so, bitte stell mir keine Fragen mehr. Trotz dieses Vorfalls besteht John Murphy darauf, dass er nie unter Druck gesetzt wurde. John war sichtlich aufgewühlt. Ich glaube, er war eingeschüchtert. Er hatte Angst davor, mehr von der Geschichte zu enthüllen. Mitte der 1980er Jahre taucht ein Bericht des Project Blue Book zum Fall Kegsberg auf. Das Ermittlungsteam der US-Luftwaffe hat von 1947 bis 1969 UFO-Sichtungen untersucht. In diesem Zeitraum wurden 700 Sichtungen als unidentifiziert klassifiziert. Bei meinen Recherchen zum Fall Kegsberg habe ich nur ein offizielles Dokument gefunden. Und zwar in den Unterlagen von Project Blue Book. Darunter war eine handschriftliche Notiz, die mir sofort ins Auge fiel. Ein Dreimann-Team sollte dort hinfahren, um ein Objekt einzusammeln. Stan Gordon sagt, dass mehr Männer involviert waren. Es waren mehr Leute dort als nur drei Soldaten von der Luftwaffe. Viele Augenzeugen sprechen von einer Menge von Soldaten mit entsprechender Ausrüstung. Der Widerspruch zwischen den Augenzeugenberichten, die schwer zu belegen sind, und den offiziellen Berichten, führt zu Spekulationen. Kann in dieser Nacht etwas vom Himmel gefallen sein? Im erdnahen Orbit befinden sich tonnenweise von Menschen hergestellte Objekte. Wieso sollten sie nicht wieder in unsere Atmosphäre eintreten? Dr. Alice Gorman erforscht künstliche Objekte im All. Sie ist eine der ersten All-Archäologen. Im All gibt es unzählige unterschiedliche Objekte. Von winzig kleinen Teilchen bis zu 10 Tonnen schweren Satelliten, so groß wie Häuser und Busse. Eben Dezember 1965 entdeckt das nordamerikanische Überwachungssystem NORAD die Kosmos 96, eine defekte russische Raumsonde. Die Kosmos 96 sollte ursprünglich zum Mars fliegen, wurde dann aber für eine Venus-Mission eingeplant. Sie sollte im Vorbeiflug Aufnahmen von der Venus machen und danach ins interplanetare All weiterfliegen. Beim Start wurde die Sonde wohl beschädigt und sie trat wieder in den Erdorbit ein. Sie stürzte in Richtung Erde und schlug am 9. Dezember irgendwo in Nordamerika ein. Am selben Tag kam es zu dem Vorfall in Cakesburg. Haben die Menschen in Pennsylvania vielleicht den Absturz der Kosmos 96 beobachtet? Interessant finde ich, wie die Bewohner von Cakesburg das Objekt beschrieben haben, nämlich eichelförmig. Im Internet gibt es Bilder der russischen Raumsonden. Sie sind eichelförmig. Außerdem wurden hieroglyphenartige Schriftzeichen entdeckt. Ein natürliches Objekt hat keine Beschriftung. Und ein Amerikaner, der die russische Sprache nicht kennt, könnte kyrillische Schriftzeichen für Hieroglyphen halten. 1965 befand sich der Kalte Krieg zwischen den USA und Russland auf seinem Höhepunkt. Wäre man zu dieser Zeit auf russische Weltraumtechnik gestoßen, wäre der Wissensvorsprung enorm gewesen. Verschwörungstheoretiker nehmen an, dass die US-Luftwaffe so einen Fund durch Fehlinformationen verschleiern würde. Der Regierung wäre jede Ausrede recht gewesen, um das zu vertuschen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund sie das machen, aber sie erfinden Geschichten. Aber die Kosmos-Theorie hat einen Haken. Es gibt die Theorie, dass die Kosmos-96 dort abgestürzt ist. Doch Aufzeichnungen belegen, dass die Sonde 13 Stunden früher abgestürzt ist. Aus diesen Aufzeichnungen geht auch hervor, dass die Sonde beim Absturz über Kanada auseinandergebrochen ist. Hunderte Kilometer von Kecksburg entfernt. Die Kosmos-Theorie ist also alles andere als gesichert. Die Anwohner von Kecksburg fragen sich, ob sie jemals die Wahrheit erfahren werden. Sie wurden einfach zu lange belogen. Die Leute, die sagen, dass damals nichts passiert ist, waren entweder nicht dort oder sie lügen. Es wird noch sehr lange dauern, bevor uns endlich jemand erzählt, was damals in Kecksburg wirklich passiert ist. Ob ich glaube, dass damals etwas passiert ist? Ja. Und die Anwohner haben ein Recht darauf zu erfahren, was es war. Sie haben sich das nicht eingebildet. Stromausfall auf einer US-Militärbasis. Jedes elektronische Gerät auf der Basis hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Zur gleichen Zeit taucht ein mysteriöses Licht über der Basis auf. Es macht ungewöhnliche Flugbewegungen. Wir konnten uns nicht erklären, was solche Manöver ausführen könnten. Der Vorfall wird in einem Brief in die Heimat beschrieben. Heute ist diese Ecke Südostasiens ein Mekka für Touristen. Sonnenanbeter und Rucksack-Touristen belagern Strände und Ressorts. Vor 50 Jahren kamen die Besucher aus einem ganz anderen Grund. Nha Trang im damaligen Süd-Vietnam. Juni 1966. Amerikanische Truppen kämpfen im Vietnankrieg. Bis zum Ende des Jahres sind dort 400.000 Soldaten stationiert. Luftwaffenstützpunkt und Militärbasis Nha Trang ist Ausgangspunkt vieler US-Operationen. Auch der inzwischen pensionierte Sergeant Wayne Dalrymple ist dort stationiert. Ich war von 1966 bis 1967 in Vietnam. Ich war im Versorgungstrupp, bin Lastwagen gefahren. Wir sind von Nha Trang nach Cam Ran B gefahren, um Nachschub auszuliefern. Wir haben die Basen an der Küste beliefert. Dalrymple erinnert sich lebhaft an einen seltsamen Vorfall. Eines Abends schloss er sich ein paar Soldaten an, die dienstfrei hatten. Es war so gegen 8. Sie hatten auf der Basis eine Leinwand aufgespannt, wie in einem Kino. Ich habe mit meinem Lastwagen direkt hinter der letzten Sitzreihe geparkt. Wie im Autokino. Doch plötzlich gibt es eine außerplanmäßige Pause. Die Generatoren fielen aus. Wir merken erst gar nicht, dass überall der Strom weg war. Auf der ganzen Basis stehen die Generatoren still. Auch das Notstromaggregat springt nicht an. Alles um uns herum war totenstill. Nichts lief mehr. Wir sind aufgestanden und rumgelaufen. Irgendwann kam ein Typ mit seinem Jeep angefahren. Der Jeep hielt plötzlich mitten auf der Straße an. Langsam fingen wir an, uns zu wundern. Was war hier los? Mitten im Stromausfall passieren noch seltsamere Dinge. Plötzlich tauchte ein helles Licht am Himmel auf. Es kam von Westen, flog direkt auf uns zu und stoppte auf halbem Weg. Es hielt einfach an. Dann flog es nach oben und wieder nach unten. Das machte es ein paar Mal. Dann flog es vor und zurück. Es sah aus wie eine weiße Sonne. Es hat die ganze Gegend erleuchtet, tagherr. Vorher war es stockdunk. Und dann ist es weggeflogen. In einem 45 Grad Winkel. Einfach weg. Danach ging der Strom wieder an. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Stromausfall und dem seltsamen Licht? Nick Pope, Ex-Mitarbeiter des britischen Verteidigungsministeriums, kennt den Fall gut. Besonders auffällig an der Sichtung in Natrang ist der Effekt, den das UFO auf die Geräte hatte. Alle Stromquellen auf der Militärbasis scheinen vom UFO außer Kraft gesetzt worden zu sein. Eine wichtige Aufzeichnung stammt von Wayne Dalrymple. Ich habe meiner Mutter ein paar Tage später einen Brief geschrieben. Man ist ja froh, wenn man mal was anderes berichten kann. Also habe ich ihr davon erzählt. In diesem Brief dokumentiert er die UFO-Sichtung. Er beschreibt, was er und hundert andere auf der Basis gesehen haben. Es gibt noch ein weiteres wichtiges Beweisstück im Staatsarchiv. Es handelt sich um offizielle Dokumente, die den Stromausfall auf der Basis zu genau diesem Zeitpunkt belegen. In Dalrymples Brief steht, dass dieser Vorfall nicht nur für ihn und seine Freunde unerklärlich ist. Sgt. Dalrymple schreibt, dass wenig später ranghohe Beamte eingeflogen wurden, um den Vorfall zu untersuchen. Das ist das Standardprozedere. In solchen Fällen werden sofort Untersuchungen anberaumt. Nicht unbedingt wegen des UFOs, aber wegen des Stromausfalls. Wir haben überlegt, was das wohl gewesen ist. Aber wir konnten uns nicht erklären, was solche Manöver ausführen könnte. Allerdings wird damals nicht untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Stromausfall und dem Licht gibt. Dieser Fall ist nicht im Project Blue Book vermerkt, in dem Berichte über UFO-Sichtungen in Amerika ausgewertet werden. Einen UFO-Fall in einem Kriegsgebiet zu untersuchen, steht nicht an oberster Stelle auf der Prioritätenliste des US-Militärs. Jetzt, fast 50 Jahre später, rollen Spezialisten den Fall wieder auf, um ihn endlich zu lösen. Carolyn Crawford, Professorin für Astronomie an der Universität von Cambridge, hat sich eingehend mit dem seltsamen Licht am Himmel beschäftigt. Für Leute, die sich mit der Materie nicht auskennen, sehen viele Dinge am Nachthimmel seltsam aus. Einige Informationen aus Dalrymples Brief kann Carolyn Crawford nicht nachvollziehen. Wenn jemand ein sich schnell bewegendes Objekt am Himmel sieht, dann kann man sofort ausschließen, dass es einer der hellen Planeten war. Die bewegen sich langsam. Es war also kein Planet. Es gibt noch andere Erscheinungen am Himmel, zum Beispiel Asteroiden oder Meteoriten. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen sie. Wenn allerdings jemand berichtet, dass das Objekt die Richtung gewechselt hat, dann handelt es sich auf keinen Fall um einen Meteoriten. Wenn es kein astronomisches Ereignis war, kann es dann eine Art Flugobjekt gewesen sein? David Higgins ist Pilot und Flugsicherheitsexperte. Er hat sich mit dem Nahtrang-Fall beschäftigt und fragt sich, ob das Licht von einem Kriegsflugzeug stammen könnte. Die McDonnell Douglas F-4 Phantom wurde im Vietnamkrieg eingesetzt. Sie hat zwei Düsenmotoren mit Nachbrennern. Einen Nachbrenner benutzt man, um mittels Treibstoffzufuhr den Schub eines Triebwerks zu erhöhen. Den Schub setzt man unterschiedlich ein. Beim Start, um Überschallgeschwindigkeit zu fliegen oder im Luftkampf. Nur passt das Glühen eines entfernten Nachbrenners nicht zu Dull-Rampels Aufzeichnungen. Die Nachbrenner-Theorie ist nicht haltbar. Denn Augenzeugen sagen, sie hätten ein extrem helles Licht gesehen. Ein Licht von so extremer Helligkeit lässt auf eine andere militärische Waffe schliessen. Leuchtgeschosse. Der Augenzeuge hat berichtet, dass die Umgebung taghell erleuchtet war. Das könnte darauf hinweisen, dass es sich um eine bestimmte Art von Leuchtgeschoss gehandelt hat, mit dem Gebiete erhält werden. Auch diese Theorie bietet keine hundertprozentige Erklärung für das Licht. Mehrere Augenzeugen sagen, dass sich das Licht sehr schnell und in unterschiedliche Richtungen bewegt hat. Das passt nicht zu der Art, wie sich ein Leuchtgeschoss verhalten würde. Keine Lösung scheint die richtige zu sein. Und niemand hat eine Erklärung für den Stromausfall. Außer Licht und Stromausfall stehen in keinem Zusammenhang. Oft setzt man Dinge, die zufällig passieren, in einen Zusammenhang. Wir werden nie erfahren, ob die beiden Phänomene zusammenhängen. In diesem Fall hätte das amerikanische Militär vor einem großen Rätsel gestanden. Die Menschen hätten in diesem Fall zwei Erklärungen gefunden. Es hätte eine einfache Störung der elektrischen Geräte sein können, deren Ursache man finden muss, um sie zu beheben. Die andere Erklärung ist nicht ganz so sauber. Es könnte nämlich auch eine Art Waffe gewesen sein. Es gibt jedoch keine Aufzeichnungen von einer Waffe, die so funktioniert, wie es Dalrymple beschrieben hat. Bis heute bleibt einer Trangfall ungeklärt. Wayne Dalrymple muss akzeptieren, dass das, was er in dieser Nacht gesehen hat, ein Rätsel bleibt. Ich habe von keinen weiteren derartigen Fällen in Vietnam gehört. Das heißt aber nicht, dass es keine gab. Ein ganz normaler Tag im Kriegsgebiet. Ich hatte Training und ich Co Salz in dieимungpara, ein Rätsel aus dem Kriegsgebiet.